Liebes Tagebuch, heute haben ich und Egon Jahrestag und nach all den Jahren sind wir immer noch sehr verliebt, auch wenn wir ab und zu mal streiten. Aber wie sagt man so schön, in einer glücklichen Partnerschaft hat immer die eine Person recht, wobei die andere immer männlich ist. Dann machen wir heute mal das 15. Türchen auf. Guten Abend. Ich bin der Kai. Ich trinke am liebsten Bier vom Bass. Für Sie spiele ich heute Abend den Bass. Ich bin der Ingo. Das hört genau hin. Die spielen von uns drei die Melodie. Und zwischendrin, das hört zwar keiner, da spielt ich, die Töne Weiner. Wir spülen euch jetzt ein paar schöne Sachen. Auch ausgetast. Wischendach ist zum Lachen. Ruhe im Saal, damit's auch jeder höre kann. Wir beginnen jetzt als erstes mit der Sonate aus der Wursthegelpolka. Oh. Oh. Jetzt noch? Jetzt ist kalt. Komm, du rüber da vorne reißt, kürzer wie du denkst. Komm, du rüber da vorne reißt. 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 Komm, du rüber. Komm, du rüber da vorne reißt. Komm, du rüber. 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 Ich bin der Mann. Das war's. Vielen Dank. Du Toni, du hast euch die VR-Kabelle reingeschmissen. Danke dir. Trinken ruhig langsamer. Danke für Ihren Applaus und jetzt spielen wir für Sie das Hofbräuhaus. Ein, zwei, super. Ein, zwei, super. Ein, zwei, super. Ein, zwei, super. Schon früher morgen fliehen wir. Und später mal überrühren wir auf. Ich wünschte uns voll raus. Ich wünschte uns voll raus. Also meiner wird immer roter. Jetzt spielen wir halt nur ganz im Hof. Und dann sehen wir mal die Schmerzen. Das war's. 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 Das war's.